Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu June 2000 und genau beim letzten Mal waren wir hier unterwegs und ja, es gibt jetzt was zu sagen und zwar, ich habe hier eine kleine unfreiwillige Pause reinbekommen und zwar, ach Gott, wieso soll ich jetzt anfangen? Also es ist so, der hat mir 17 Minuten von der Aufnahme weggenommen, deswegen sieht das hier jetzt ein bisschen anders aus, als ihr das gesehen habt, aber ich habe jetzt hier Deviatoren, Freunde und mit denen werde ich jetzt einfach mal hier den Sammler klauen, Freunde. Ich würde sagen, machen wir einfach mal weiter hier von dem Punkt, die Gegner greifen nach wie vor unentwegt an, unentwegt und wie sie Bock haben und den Sammler kriegst du, Deviator, oder? Jawohl, so, dann komm du mal nach Hause und ich kriege direkt eine Rakete in die Fresse, das ist natürlich mal wieder sehr geil. Oh, um Himmels Willen. Oh, Leute, da kommt der direkt mit seinen scheiß Fremen da an. Ach ja, Freunde, so kann man auch reingeworfen werden. Ich habe jetzt ungefähr, ja, fünf Tage nicht mehr gespielt und... Oh, voll auf meine Saboteure. Dieser Penner, scheiße. Egal, egal. Nächste Deviator, der kommt auch hier hin, weil hier unten kommen immer viele Panzer. Und ja, genau. Gut, ich würde sagen, ich habe es mir jetzt hier mal gemütlich gemacht an einem schönen Samstagabend. Und ja, draußen wütet der Karneval, Freunde. Also hier sind schon die ganzen Leute, die hier rumgrölen und so. So, gehen wir nochmal zurück. Was baue ich denn hier gerade? Stopp. Draußen sind die Leute, die rumgrölen und da verstecke ich mich doch lieber in der Wohnung. Und ich mache mal eine ganz kurze Pause. So, Freunde, da bin ich wieder. Ähm, ja, meine Frau kam kurz rein und deshalb musste ich einfach mal hier eine kleine Pause machen. So, ein Deviator kann man hier oben drauf schießen direkt. Ups, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ähm, da musste mal kurz was raus. So. Haben wir hier ein bisschen Spice wieder. Ähm, ja, wir haben unsere Basis fertig aufgebaut beim letzten Mal. Und, äh, ah, da ist ein Hakon-Dings, okay. Ein Hakon-Sammler. Ähm, den hole ich mir immer wieder zurück, wenn es geht. So, ähm, ja, wie gesagt, ich war gerade draußen, geht der Karneval schon ab. Die Leute grölen rum. Und, ähm, ich habe mir hier ein, äh, Moment. Was haben wir hier? Ah, okay. Der Atreides-Sammler, der hat sich zurück, äh, verwandelt, okay. Ja, der Atreides-Sammler ist weg und der, der kann nur hier hinfahren. So, ach, ich liebe Deviatoren, Freunde. Oh, nee, komm, hol dir den Raketenpanzer. Schade. Okay, egal. Dann, dann ist der jetzt kaputt. Weg damit. Ja. Wir haben nämlich die Drecksarbeit schon im letzten Part gemacht. Wir wurden hier unentwegt angegriffen auf dieser Seite. Das war so krass, Freunde. Und, ja, ich habe mir jetzt hier ein Kaltgetränk, äh, vorbereitet. Und zwar ist das ein, was ist das hier? Ein Mixery Ice Blue. Genau. Und das würde ich sagen, mache ich mir jetzt mal auf, Freunde. Und, gut, würde ich mal sagen, zum Wohl. Ah, herrlich. So, hier ist ein Hakon-Sammler wieder, den wir geklaut haben. Das ist immer saugeil, wenn wir die Deviatoren haben, wenn die Sammler sich dann wieder zurückverwandeln. Oh, 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 oh. Holt euch den. Los. Jawoll, Freunde. Schickt den mal zurück. Schickt den mal hier hin und explodiert den mal. Lass den sich mal explodieren hier. Schieß mal da drauf da. Botz. Hier den, auf den noch. Botz. Die sind so geil, die Panzer hier. So, weißt du was? Lass dich mal explodieren. Und? Nimm die Einheiten mit, nimm die mit, nimm die mit. Jawoll. Das hat sehr gut geklappt, Freunde. Ich würde sagen, wir klauen dem jetzt einfach mal hier die ganzen Panzer. Ah, Deviatoren, Freunde. Ich liebe sie einfach. Ich liebe diese Einheiten. Mit denen haben wir echt jetzt einen Vorteil. So. Spice-Sammler. Ach, wieder hier der Hakon-Ding. Okay. Holt euch mal alle Einheiten, ja? So. Ihr macht das schon, ja? Jetzt werde ich nämlich nicht mehr abgefuckt hier unten. Jetzt könnte er das vergessen. Oh, die... Oh, shit. Jetzt werde ich doch abgefuckt. Ah. Doof. Okay. Egal. Gut. Ähm, ich habe gemerkt, wir haben... Wir brauchen sie, los. So, dann bestellen wir die Einheiten. Und du... Hol den ab. Los, hol den ab. Ich glaube, der will da auf den Sammler. Nein, hier rein. Los. Aus Versehen geklickt, Mann. So. Ja, wie gesagt, äh... Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Und ich habe natürlich mal wieder vergessen, jetzt meine Uhr anzumachen. Äh, ich muss einmal ganz kurz für ein paar Sekunden weg, gleich, wenn der Angriff hier verteidigt ist. Dann hole ich meine Uhr kurz. So. Ähm, ja. Ihr schießt mal auf den, bitte. Die Sadokas, die bringen nichts. Der Sammler, der kann da drüber fahren. Und zack. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. Alles klar, da kommen meine Einheiten. Dann bauen wir weitere Deviatoren. Saboteur ist wieder bereit. Gut, dann würde ich mal sagen... Einen Moment, ich hole mal ganz kurz meine Uhr. Noch eine Minute. So, leider, ja, da bin ich wieder. Ähm, ja. Einmal ganz kurz hier die Uhr, die Stoppuhr war das und... Nein, 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 wartet mal. Wie war das nochmal? Timer, genau. So, ich glaube, ich muss den jetzt auf 25 Minuten stellen und Start. So, da bin ich jetzt wieder. Ähm, ja. Wie gesagt, also ich nehme jetzt hier wieder die... Uh... Was wird hier wieder rumgeschossen? Egal. So, bauen wir einen Rader, bitte. Ich möchte jetzt... Ah, guck, schaut mal hier oben. Der erkundet ein bisschen für uns hier. Das ist doch mal nett von ihm. Das ist mal richtig nett. Genau, mach schön den Sammler platt. Der kam ja auch aus unserer Basis. Moment, der Atreides-Typ, der sammelt da oben... Wo ist meine Waffe... Hier, da ist mein Deviator. Schick den mal hier hin. So. Am besten noch einen zweiten. Batz. Sehr schön. So, da ist ein Schallpanzer von ihm. Okay. Oh, und ich sehe gerade, äh... Jemand hat mich hier auf Twitter geaddet. Das freut mich doch sehr. Das freut mich doch immer wieder, Freunde. Twitter-Community ist immer hilfreich. Hilfreich. So, dann würde ich mal sagen... Bauen wir noch mal drei Einheiten. Und den Raider nehme ich mir jetzt mal und fahren wir hier unten hin. Ähm, ja. Wie gesagt, freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid hier. Beim June 2000. Und, ähm... Ja. Schöner alter Klassiker hier. So, mein Deviator ist da. Gut, dann nimm dir mal den Raketenpanzer. Zack. Und weg damit. Weißt du was? Schieß mal da hinten drauf. So. Nimm dir den Kampfpanzer. So. Geil. Dann macht... Hier mal da hinten den. Ey, was macht denn das Manneken da? Der macht mich platt. Ja, das ist... Ja. Ja. Oh, da ist ein Schallpanzer. Nimm dir mal den Schallpanzer weg, da. Komm. Wow. Der Schallpanzer ist heftig, Freunde. Schieß. Ah. Schade. Egal, Freunde. Ähm, ich hab mir jetzt vorgenommen... Nimm den mal da weg. Äh, nicht, dass der wieder auf meinen Palast geht, da. Nimm auch mal die Einheiten da weg. Und, ähm... Ja, ich hab mir vorgenommen, jetzt mal... Äh, die ganzen Superwaffen der Orders einfach mal zu nutzen. Und was macht... Nein! Oh! Äh, ich hab mir wieder verloren. Äh, ich hab mir wieder verloren. Äh, ich hab mir wieder verloren. Oh, schaut mal. Ein abgestürztes UFO. Sehr interessant. Hm. Ah, Freunde, das ist jetzt nicht wahr. Oder jetzt ist mein Spiel wieder abgestürzt. Äh, ich hab nicht gespeichert. Naja, gut, ich sag mal bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ähm, ja. Ich hab's jetzt ein bisschen nachgespielt hier. Und, ähm... Ja, keine Ahnung, warum das immer abstürzt, das Spiel. Das ist irgendwie ein bisschen... Bisschen blöd. Aber was noch passiert ist, kann ich euch jetzt gerade... Wo denn überhaupt? Hä? Ah, hier der! Okay. Ähm, ja. Ich kann euch sagen, was passiert ist. Und zwar, die Atomrakete, die ihr eben gesehen habt, die hat nicht den Palast getroffen. Und somit hab ich auch alle meine Saboteure noch. Sehr schön, Freunde. Und, ähm, was ich jetzt gerade mache, ich baue jetzt wieder ein paar Deviatoren. Und, äh... Den, äh, Raider, den ich gerade eben gebaut hab, der ist schon wieder kaputt. Das ist doof. Gut. Alter, das gibt's ja wohl jetzt nicht. Äh, fahr nach Hause, komm. Dann fahr halt heim. So. Lass mal einen Sammler in Ruhe, Junge. Den kriegst du nicht. Solange du ein Stück näher kommst, bist du tot. Das war genau jetzt. Ja. So. Boah, das war knapp mit dem Sammler, Leute. Hol dir mal den Sammler da. So. Sehr gut. Ähm, ja. Wie gesagt, wir sind wieder da. Und, ähm, ich werde mir das angewöhnen, immer öfter zwischenzusprechen, weil man nie weiß, wann das Spiel das nächste Mal abstürzen wird. Und, ja, das ist irgendwie, seit zwei, drei, vier Folgen, ist das blöd mit dem Abstürzen. Ich muss auch wieder hier oben. Und, äh, die Geschwindigkeit, die ändert sich auch von dem Spiel. Das heißt, jetzt läuft's mal wieder langsamer. Dann muss ich mal wieder umstellen. Auf sehr schnell. Raketenabschuss geortet. Und krieg'n Raketenabschuss. Okay. Und, ähm, ja. Gut, dann kann ich jetzt wieder hier hin. So. Es läuft wieder langsam. Ich versteh's gerade nicht. Was ist mit dem Spiel los? Jetzt läuft's nämlich wieder zu schnell. Ha. So. Ich weiß nicht. Also bis, bis vorletzte Folge lief das ja noch ganz gut eigentlich, ne? Jetzt läuft's wieder. Ah, jetzt ist's okay. Jetzt ist's okay. So, voll. Naja, wie gesagt. Ähm, ich hatte ja vorgehabt, mit dem Raider hier ein bisschen zu erkunden. Und da mach' ich jetzt... Ha. Nicht getroffen, Leute. Nicht getroffen. Ich muss noch einen Turm nachbauen. Und ich hab' noch ganz vergessen, dass ich noch Silos brauche. Also, ja. Die werde ich gleich bauen. Genau, wir sind ja hier im letzten Part. Beziehungsweise in der... Einen Moment, ich muss noch mal ganz kurz mein... Ich hab' schon wieder meine Uhr vergessen. Es tut mir leid. Ähm, so, dann mach' mal auf 20 Minuten. So, zack. Genau. Ja, ich muss mich noch ein bisschen umgewöhnen jetzt hier mit der Uhr. Aber das geht schon. Ähm, wir sind ja beim letzten Mal hier wieder an dem kaputten UFO hier vorbeigefahren. Ha. Was ist das denn? Okay. Oh. Ja, dann, äh, Sammler, hol dir zuerst... Deviator, hol dir zuerst mal den Sammler und danach den... ...den Dicken da. Oder hol dir zuerst den Dicken. Genau, hol dir zuerst den Dicken. So. Der hat mich getroffen. Ah, ist das ärgerlich, Mann. Der ist kaputt. Ha! Hat der noch mitgenommen hier. Dann spring nicht in die Luft, komm. Nimm die Sadokas mit. Scheiße. Fail. Das war ein Fail, Freunde. Klassischer Fail. Jaja, ich würd sagen, ich baue auch jetzt erstmal nochmal. Äh, so einen Schallpanzer zu haben, wär schon nice, ne? Aber nicht, wenn der kaputt ist. Ne, ne, nicht, wenn der kaputt ist. So. Ah, Sammler. Ja, der ist weg. Der ist weg, Leute. Dafür machen die Sadokas zu viel Schaden. Okay, dann hol dir neun. Hol dir rasch neun. Ähm. Jetzt kommt dann noch ein Luftangriff. Okay. So, den Schallpanzer haben wir geschickt platt gemacht. Der kann nichts mehr machen. Sehr schön. Okay, Deviator. Komm mal hier oben hin. Alter Schwede, was ist denn hier los? Sag mal. Hier ist so viel los. Wo ist mein Raider? Da ist mein Raider, alles klar. So, dann mach mal hier. Da sind schon wieder Fräben. Ach, Leute. Mach den kaputt da. So, ja. Sehr gut. So, den haben wir, Freunde. Und ja, würde ich mal sagen, brauchen wir noch ne Energie. Speichern das nochmal. Aber der Grund, warum es dann beim letzten Mal abgestürzt war, mhm, ja. Es war ein Windows-Update. Das hat einfach so ein Windows-Update gestartet, Freunde. Das ist, ja, irgendwie immer samstags ist es komischerweise, das Windows-Update. Und, ähm, ja. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen ab jetzt. Okay, gut. So, dann. Der Deviator hat hier oben Spaß, ne? Ja, dann schieß mal da drauf, genau. So. Der Schallpanzer, der kann sich mal wieder zurückziehen. Einmal kannst du noch schießen, oder? Ach, ne, der ist schon wieder übergelaufen. Okay, Savoteur. Wir sind bereit. So, dann geh du mal bitte hier unten hin. So. Ich würd sagen, ich mach gleich auch mal eine kleine Savoteur-Attacke. Das wird cool, Freunde. Da seht ihr, seht ihr mal, wie die, was die Savoteure gleich mal machen. Aber erstmal weiterhin. Oh, da kommt was. Da kommt wieder was, Freunde. Mein Deviator kommt gerade rechtzeitig hier an. Hol dir den Sammler. Komm. So. Denn die kleinen, die brauchen wir nicht. Ich kann ja... Den Raketenpanzer kann ich gebrauchen. Genau. So. Okay. Dann kann der mal hier weiter verteidigen. Ja, das ist egal. Glaube ich. Das sind nur Mini-Panzer, Freunde. Oder? Ah, scheiße, Freunde. Ja, der will... Ja, ja. So. Hol dir den. Oh nein, nicht auf den Deviator. Bitte nicht, Junge. So. Zack. Dann ist der wieder uns. Dann auf den Raketenpanzer. Schade. Okay, egal. Zwei auf einmal. Sehr schön. So, ich brauche wieder Silos. Das heißt... Zack, 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 zack. Einheiten bauen. Gut. Würde ich mal sagen. Nimm die Saboteure und... Genau, mit der schönen Lache. So. Und geht nur erstmal nach da unten. Oh, meine Lieblingsmusik hier, Freunde. Passt so zum Marschieren. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ey, hier kommt ja... Andauernd irgendwer angeschissen. Oh, geil. Diese Muko, Freunde. Oh, einfach herrlich. Da ist alles gut. Okay. Gut, Deviator. Was wird da schon wieder geballert? Das ist, glaube ich, der Söldner. Ja. Okay. So, wo sind meine? Hier sind sie. Alles klar. Ja, die sind halt sehr langsam, aber dafür können die sich unsichtbar machen. Das ist halt der Vorteil an denen. So, würde ich mal sagen. Oh, da ist ein Sammler hier unten. Okay. Oh, hier geht es noch weiter. Uiuiui, hier geht es noch weiter. Ja, eine Riesenkarte wieder, Freunde. Aber würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier alles erkundet haben, gehe ich mit den Saboteuren mal ein bisschen... Oh Gott, der kommt... Nein, oder? Nein, 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 nein. Du siehst nicht mal... Oh, was ist das denn hier? Ach du Scheiße, das ist noch eine Basis hier. Ja, gut, dann... Nein, 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 nein. Oh, wie mache ich das jetzt am besten mit denen? Ähm... Ich habe eine Idee. Du gehst mal da, schmeißt da eine Bombe mal drauf. Und machst dich mal bitte unsichtbar. So. Dann geht ihr mal wieder zurück. Oh, der ist nicht lange unsichtbar. Die sind nicht so lange unsichtbar, das ist das Problem, Freunde. Oh, geht schneller rein, da steht eine Belagerungswaffe. Und? Ja! So, der Turm ist schon mal weg, Freunde. Sehr gut. Haha, seht ihr das? Können wir jetzt mal ein paar Gebäude hier platt machen mit denen. Ich brauche einen neuen Raider, glaube ich, oder? Ja, ja, ich brauche einen neuen Raider. Bau mal einen, komm. Bau mal einen. Gut. Dann würde ich mal sagen... Mache ich mich jetzt unsichtbar. So. Und dann kann der aber den anderen Turm da platt machen. So, weil der will jetzt nämlich hier... Der kommt jetzt nämlich zurück. So. Dann macht den Turm da platt. Zack. Sehr schön. Gut. Dann würde ich... Oh Gott. Oh Gott. Geh weg. Geh bloß weg hier. Nein. Lass meine... Ah. Lass meine Saboteur in Ruhe. Stell die Energie mal auf. So. Scheiße, wir wurden... Wir sind aufgefallen, Freunde. Nein. Oh, das ist so ärgerlich. Nimm. Huh. Okay. Alles klar. Gut. Ähm. Nimm mir mal die Deviatoren und... Pfff. Ah. Das ist ärgerlich, Freunde. Das ist ärgerlich, dass wir da entdeckt wurden von... Scheiße. Ach, verdammt mich, ey. Oh, ich hab ja mal ein paar Einheiten. Ein paar, ja. So, zwei, zwei, zwei. Ja, mach euch alle kaputt. Penner, ey. Wirklich. So ein Penner. Oh, ich brauch noch Flugzeuge oder was? Nein. Der Deviator kann sich die nehmen. Zumindest den hier. Weil da noch ein paar Sadukas kommen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Zweifelsammler wird angegriffen. Ja, ist ja gut. Dann mach du mal die Sadukas platt. So. Gut. Kann der, ähm, hier unten hinfahren? Oh, okay. Oder was? Oder, ne, der kommt hier hin. Okay, alles klar. So. Die beiden Deviatoren können wir hier stehen bleiben. Ja, ist ja gut. So. Gut. Schicke ich den mal lieber hier zum Gegner. So, Freunde. Dann würde ich mal sagen, nehme ich mir jetzt hier nochmal den Raider und gehen wir da hin. Ich spiele schon zwischenspeichern, bevor es wieder abstürzt. Spiele die Speichern. So. Weiter geht's. Jetzt wird wieder mein Sammler angegriffen. Ach, von dem. Okay, ja gut, dann. So. Fährst du mal hier runter und machst mir die Energie da platt. Was? Oh. Das nervt so. Das nervt so, Freunde. So viele Angriffe von oben, das ist unfassbar. So viele hinterhältige Angriffe hier vom Gegner. Aber es ist doch schon mal was hier. Schaut mal. Wir haben doch hier schon einiges an Einheiten. So, Team 1. Ja, dann sammelt euch mal hier. Team 1 sammelt sich mal da unten auf dieser Felsfläche. Und da würde ich mal sagen, baue ich jetzt nochmal hier die vier Silus. Und dadurch, äh, darauf nochmal einen Schluck auf euch hier. So, Freunde, bist du da was? Ich glaube, ich brauche noch ein Flugzeug. Ah, hier unten der, okay. Ja, gut, dann. Bevor die mich jetzt da wieder abfacken da oben. Ähm, ja. Wir verteidigen die da mal alles. Ah, dankeschön, lieber Atreides-Typ. Sehr schön. Dann, ja. Hier und alle mir jetzt die Sammler, ja. Boah, Leute. Wisst ihr was? Dann mache ich, dann gehe ich jetzt gleich mal hier unten zu dem hin. Der hat ja gerade alles, äh, alles aufgebracht. Meine Güte. Schon wieder Stützpunkt angegriffen, ey. Ah, da ist ein Schallpanzer. Nach zwei Minuten. Aber der macht... Äh, Frieden auch. Mensch, Mensch, Mensch. So. Gut, würde ich mal sagen. Jetzt hör doch auf. Ah, hier ist einer für... Was? Wo das denn? Egal, dann wisst ihr was? Dann speichere das nochmal. Und dann würde ich sagen, greifen wir gleich erstmal an, Freunde. So. Zack, der ist weg. Der ist auch weg. Mach mal, mach mal den Brocken, da. Deviatoren. Damit hole ich mir weiterhin die Sammler. Da baue ich auch jetzt erstmal nochmal einen. Der hier geht, der hier geht mir mehr auf den Sack. Kann das sein? Hab ich auch, hab ich im Gefühl, hä? Oder? Nee, komm. Wisst ihr was? Ich gehe doch zu dem hier unten. Der sammelt nämlich jetzt hier. So, dann greifen wir mal den, den Sammler an. Dann kommt er nämlich gleich mit allem raus, was er hat. Uh, Deviator. Äh, hol dir mal den da. Und zack. Sehr gut. Dann kann der mal auf die Saboteure gehen da. Ach, Saboteure sag ich schon. Auf die Sadukas. Ich habe zwei Sammler mit Angegasungen. So. Uh. So. Egal, hol dir den. Nein, warum nicht? Schieß auf den. Los. Nein. Ach, verdammt. Egal, gut. Die machen hier Saboteur bereit. Gut. Die machen hier weiter Sammler platt. Ah, das ist... Ja, ja, okay. Der ärgert nochmal ein bisschen hier die Sammler. Ähm. Neuer Deviator hier unten hin. So. Gut, Freunde. Der hat immer noch zwei Sammler. Das geht ja mal gar nicht. Gut. Würde ich mal sagen. Greifen wir die alle... Drei Sammler hat der noch. Daher kommen auch diese ganzen Angriffe. So. Ja, ich verstehe schon. Alter. Sechs Sammler hat der. Ach, du... Ach, du grüne Neune, ey. Der hat sechs Sammler. So. Ah, hol dir den schnell. Geht das? Hol dir den schnell. Schnell. Ah, verdammt. Das war knapp. Millisekunde. Dann macht den mal kaputt da. So. Mach den kaputt. So. Oh. Hier werde ich angeballert. Na super. Gar nicht gesehen hier. So, dann. Mach den kaputt da. So. So viele Sammler, alter Schwede. Da kann man... Das hat man mal gesehen. Was der Gegner macht, wenn der zehn Sammler hat oder so. Krass, Freunde. So, jetzt kommt er raus hier. Mach die scheiß Raketendinger da weg. Weißt du was? Dann macht man Wachdienst hier so. Wachdienst aufgenommen. So. Würde ich sagen. Ja. Die überleben das wahrscheinlich eh nicht. Ähm. Ja. Blöd. Blöd gelaufen jetzt hier. Der hat mehr als ich dachte. So. Dann mach den wenigstens noch kaputt da. So. Dann den hier. Mach das Mannequin da weg. Ein Rätselloben. Ah, verdammt. Noch nicht mal das Mannequin. Kein Rätselloben. Äh. Oh, ein Wurm. Okay, ja, nee, dann. Dann fahr mal. So. Oh Gott, da sind die nächsten Einheiten. Die Wurmzeichen. Wir sind bereit. Weißt du was? Die stellen ihn jetzt hier oben hin. Tch. So. Ähm. Habe ich hier noch? Nein, habe ich nicht. Ah. Der Schallpanzer, der macht nichts. Das ist schon mal ganz gut. Boah, ich dachte schon, ich hätte jetzt einen Bauhof oder so verloren. Was geht hier ab? Ah, hier oben. Ah, geil. Sehr schön. Dann machen wir weiter hier. Mach den Raketentum weg. Komm. Wüstentruppen. Gegentürme. Richtig gut. Und zack. Weg damit. Sehr gut. Wo kommt die Rakete? Oh, okay. Dann bau den ein manuell. Äh. Energie. Oh. Ja, super. Zu wenig Energie. Hör mir auf, ey. So. Da würde ich diese... Das ist... Das zieht sich. Dieses Level zieht sich irgendwie, Freunde. Das ist irgendwie komisch. Wir sind bereit. Hol dir den Sammler hier, los. So, hol dir den. Nein. Ja, die treffen halt nicht immer. Das ist das. So. Baut mal einen... äh, Raider. Gut. Das reicht sogar. Von der Energie her. Ja, gut. Zwei Minuten. So. Ähm. Ha, ha, ha. Ich hab ne Idee. Hol dir mal den Schallpanzer da oben. Ha, ha. Das wird geil. Ah, nein. Ah, nein. Das Miniken. Ach, Gott sei Dank. So. Hol dir mal den Schallpanzer da. Nein. Ah, doch. Ha, ha. Dann greif mal an hier. So. So. Ha, ha, ha. Geil. Und zack. So. Und dann geht's mal weiter, würde ich mal sagen. Ja, das ist nicht ohne hier. Der hat jetzt nämlich wieder jede Menge Scheiße, hat durch die Kacke nachgebaut. Der kommt. Hm. Okay. Vielleicht ist auch erstmal das Ziel hier der Atreides-Typ. Weil da der Söldner ständig angreifen geht, hä. So, dann. Was macht der jetzt hier genau? Schießt auf meine Verteidigung. Das ist okay. Das ist okay. Ah, der macht sogar gar nichts mehr fast. Alles klar. So, der kommt. Lass den mal kommen. Oder was? Ah, der Sammler. War klar, ey. Nein, warum fährt der denn manuell? Na gut, komm, dann. Dann zieht die halt hier unten rein. So, Deviator. Hier oben hin. Das ist nicht ohne, Freunde. Das ist echt nicht ohne. So. Dann würde ich mal sagen. Oh Gott. Ich kann nichts mehr bestellen. Ja, dann. Dann mach mal fünf Quatsch hier. So. Alles klar. Gut. Dann. Schickt ihn mal hier unten hin. So. Alles klar, Freunde. Saboteur ist wahrscheinlich. Ja. Ist wieder bereit. Da kommen zwei Schallpanzer. Die kann ich mir nehmen. Da ist noch ein Schallpanzer. Die kann ich mir doch nehmen. Nimm dir die. Ja. Geh an. Nein. Oh, nicht getroffen. Das ist immer so bitter, ey. Verdammt. Nach drei Minuten. Oh man, Leute. Verdammt nochmal. Nicht auf den Raider. Ich brauch den doch zum Erkunden, Mann. Das kommt der Schallpanzer wahrscheinlich und killt den direkt. Noch zwei Minuten. Ah ne, okay. Gut. Einheit verlobt. Was? Ja, okay. Egal. Ähm. Ja. Noch eine Minute. Puh, das ist schwierig, ey. Nicht schwer. Die Folge ist auch jetzt gleich vorbei, sehe ich gerade. Meine Uhr geht in einer Minute an. Und, ja. Aber ich würde mal sagen, unser erstes Ziel ist hier dieser Atreides-Typ. Worauf? Ah, okay. Die machen sich gegenseitig platt. Das ist schon mal ganz gut. So. Ähm. Ja, ich würde sagen, unser erstes Ziel ist hier der Atreides-Typ. Wie gesagt. Stehen wir einen hier unten. So, dann würde ich mal sagen, nehm ich mir die gleich. Und gehen wir zusammen mit dem Söldner angreifen. Gut. Dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal zwischen. Spiele gespeichert. So. Weil im Moment läuft das Spiel relativ stabil, Freunde. Das war der Raider, jaja. Ach, der Imperator, der hat nur so einen kleinen Stützpunkt. Ne, wisst ihr was? Dann machen wir erst den Imperator weg. Würde ich mal sagen. Der hat ja nichts. Allerdings, Freunde, sehe ich gerade, dass hier mein Timer angegangen ist. Ähm. Und, ja. Wie es hier weitergeht, Freunde. Würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne. Und dann und dann. Das war